Liebe Kundinnen und Kunden, wir begrüßen Sie in unserem Einkaufsparadies. Heute, am 13. August, die Sommerzeit lädt uns alle ein. Ganz speziell für Sie ab heute in der Süßwarenabteilung unsere beliebten Schokoladen-Nikoläuse. Wenn wir Mitte August in den Supermärkten Lebkuchen und Spekulatius entdecken, dann wissen wir, die sind dieses Jahr wieder verdammt spät dran. Die Vorweihnachtszeit beginnt, wenn sich der Winterspeck noch als Frühlingsrollen tarnt und der DJ wieder öfter nach Last Christmas gefragt wird. Den kompletten Wahnsinn rund um das schönste Fest des Jahres, das Ist es einmal da nicht selten im Streit und Chaos endet, nimmt Nachwuchskomedien Kai Kramoster mächtig aufs Korn und wendet sich dabei der einen oder anderen tiefsinnigen Frage zu. In wechselnden Rollen mit breiter Selbstironie und bissigem Sprachwitz präsentiert er am 12. Dezember ab 19 Uhr in Mainz, Eventlocation Halle 129 unter dem Titel Es weihnachtet schwer, sein Kabarett zum Festtagsstress. Guck mal her, oh, edel sogar, oh, ne, dann fress ich selbst. Dann war es so voll, da hat sie in der Küche, hat sie mit mir beste Plätzchenteig ausgestanden. Hier ist die Geflügelkrippe auf zwei Meinen. Man nennt ja so Weihnachtsbaum, nennt man ja Baum der Erkenntnis. Weil wir Männer sehen den am 24. und erkennen, scheiße, noch keine Schenk für meine Frau. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Ticket Regional sowie an der Abendkasse. Veranstalter ist das Kulturnetzwerk Halle 129, die Volksbank Rainer Eifel Egi, Rodius Mineralquellen, Blick aktuell, die Heimatzeitung und die Eventlocation Halle 129. Frohe Weihnachten! Was ist das denn jetzt für eine Kreise hier?